und hier haben wir den Abraum wo ein Abraum ist, ist auch immer ein Stollen schauen wir uns die mal an vorhin habe ich den Fehler gemacht, dass ich dann hier runtergeklettert bin das ist eh nichts passiert, aber das den schmutzigen Hintern hätte ich mir sparen können weil da gibt es dann noch einen bequemen Zugang gut, dann schauen wir uns das wieder an gehen wir den anderen Weg ich bin fast verlaufen 20 Minuten ich bin nicht da dann du bist hier bis gleich so so das ist der Stein, wo ich vorhin gerade war ja ok jetzt spare ich mir etwas aufklettern da ist jetzt nicht so viel da ist jetzt nicht so viel zu sehen da wurde schon verschüttet da haben wir weg das ist so 1, 2, 3 jetzt geht der Dach raus jetzt schauen wir uns gleich an jetzt schauen wir uns mal das sehen hier ein ganz kleiner Schacht das ist nicht das unvollendend das ist nicht mehr das ist nicht mehr mach dich nicht mehr das ist nicht mehr das ist nicht mehr Okay. Okay. So, das hier war, da kommt, genau, so getropft. Also nach dem Regen ist es hier nicht so angenehm. Ja, ist alles verschüttet. Da vielleicht, da kommen jetzt nicht die Rosen. So, hier müssen wir woher kommen, aber da ist es ganz schön steil. Da schauen wir uns noch, wie wir da unten machen, da komme ich hier nicht so gut dazu. So, da komme ich vom Schuh hin. Den Gatsch vom Schuh klopfen. So, ein kleines Loch. Schauen wir uns aber gleich von unten an. So, bisschen weniger Licht. Die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, dass direkt vor der Lampe Nebel ist. Das ist nicht so angenehm. ein bisschen aufpassen. Ja, ganz verschüttete Bereich. Und hier habe ich mir vorhin schon ein paar Schritte gemacht. Sonst rutscht man hier ungebremst runter. So, da oben. Mach mal ohne. Da sieht man das Licht. Da sind noch verschiedene Ausgänge. ehemalige Zugänge. Oder ehemalige Zugänge. Das schauen wir uns dann auch noch an. So. So. Fassen wir das. Wie man sieht. Laub und Sandgestein. Das ist nicht so stabil. So. 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 Fassen wir das. Da rutscht sie schon wieder runter. So. jetzt muss ich hier ein bisschen Spanieren. Reicht notwendig. Die Hände. Das ist ein Schraubkartner. Das sieht gar nicht so schlimm aus, aber nach oben wird es schon ganz schön steil. Das war jetzt alles das gefährlichste Stück hier. Das ist diese Grube. Und die Taschenlampe wird schon nicht mehr lange. Der Kurs schon bald. Am Ende. So, noch so ein bisschen. Stufe 3, 4. Und noch zum Blatt. So. Da geht es ein bisschen runter. Aber das ist nicht so gefährlich. Dann noch zu dem kleinen Stall da unten. So. Aha. Hier sind Erz. Das scheint alle. Die Erzaller zu sein. Das hier ist. Blaugraue. Das Bleizink. Am Boden. Okay. Dann schauen wir mal runter. So. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen gegraben. Und hier. Gut. Dann schauen wir da noch runter. Mal. 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 Alles okay. So. Entschuldigung. Ich werde schon schnell schwenken. Das sieht so aus wie voller Boden, aber nicht nur das Wasser. Hier ist es nicht verbrochen, als ob das Taubegestein hier abgelagert wurde oder gebrochen und nicht mehr weggeräumt. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob es nicht sein muss. Hier wird jemand gesucht und gehämmert. Aber da haben sie auch nichts gefühlt. Ah, da ist auch eine kleine Rada da drin. Ich weiß nicht, ob es gut ist. So, jetzt sind wir auch schon hier. Wieder am Ende. Genau hier am Ende gibt es noch ein paar kleine Adern. Da geht es entlang. Hier sieht man es wunderschön. So, ich würde sagen, das ist Bleigranz. Das ist eine kleine Rada. Das ist schon wieder 13 Minuten. Der kleine Gröllberg. Was ist da? Das ist aber noch nicht geschafft, das hier. Das schaut doch cool aus da. Dann wieder rauf. Das bin ich jetzt schon ein paar mal gefiltert. Entschuldigung. Die Kamera hat sich gelöst. Gut. Die Kamera hat sich eingepackt. Die Kamera gerettet. Voll drauf gestiegen. So, hier ist es auch verstürzt. Und da oben, das hat sich schon angeschaut. Da oben in diesem Bereich. Wenn wir uns das mal von außen anschauen, wenn ich reinklettern, dann ist es mir zu schräg. So, dann nochmal hier. Hier oben in diesem. Da muss ich achten. Gut. So. Bilder von hier. Grober Ausgang. Der untere Ausgang. So. Wo ist die Säule hin? Da ist doch abgegangen. So, ich schau noch kurz hier oben die beiden. Ausgang. Und dann sind wir fertig. Mit diesen Stollen. So, ich schau noch nicht. So. So, ich schau noch ein. In diesem Bereich. Ich schau noch. So, ein ... .. ... ... ... ... ... ... ... so verschüttet schon da sind alle offen, Wahnsinn das war mal noch ein Zugang hier und der ist schön ordentlich verstürzt und das ist der oberen Bereich wo man das Licht gesehen hat na gut, dann schauen wir da mal ein bisschen runter das ist noch schön rutschig geht da ist der eine Stollen, der jetzt schräg weiter nach unten geht das war der, der ich vorhin raufgeklettert bin ansonsten wird anscheinend da rüber gehen das schaut noch ziemlich verschüttet aus dort schon ein bisschen spannend ja, da kommen wir vielleicht mal ein anderes mal wieder ok also, schauen wir mal, dass wir hier aus diesem Loch wieder rauskommen ok 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 bon tschüss ok 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 ok